Bis wir wirklich autonom fahren können in Deutschland, da ist es wirklich noch ein sehr, sehr langer Weg. Ab dem Sommer könnte die Apple Vision Pro aus den Staaten dann auch in die Stores nach Deutschland kommen. Szenen wie diese aber hoffentlich nicht auf unsere Straßen. Ja, hoffentlich nicht. Gruselige Vorstellung, oder? Tesla-Farra, oder? Wir wollen hier nicht diffamieren. Tesla-Farra, oder? Wir wollen hier nicht diffamieren. Wir kommen mal zum Sport. ز sichern.